Samstag, 21. Juli, 18 Uhr. Wir sind in La Caleta, südlich von Olbia, also jetzt an der Ostküste Sardiniens. Gestern die Schweine, heute die Pferde. Also bei den Zarten ist mächtig was los. Und was für uns viel entscheidender ist, enorm bergig. Also wir sind sowohl gestern als auch heute deutlich über 90 Kilometer gefahren und haben, glaube ich, so viele Kalorien verbrutzelt wie noch nie. Ihr seht es ja jeden Tag bei der Übermittlung unserer Aktivitätsdaten. Morgen übrigens werden wir die 2000 Kilometer Marke reisen. Und was ich auch so spannend finde, ist wie weit man so kommt in der Zeit. Vor vier Wochen waren wir noch bei der Anni gesessen im Rosenthal. Vor drei Wochen waren wir in Kordčula, Kroatien. Vor zwei Wochen sind wir auf Sizilien angekommen. Vor einer Woche waren wir in Chaka auf Sizilien. Und jetzt sind wir hier in Sardinien und werden das Meer genießen. Und morgen geht es dann weiter in nördliche Richtung.